grundsätzlich nutzen wir zwei plattformen einmal die schul cloud für die direkte kommunikation so ähnlich wie es von whatsapp bekannt ist und die lernplattform moodle für den digitalen unterricht die links zu den beiden plattformen finden sie in der video beschreibung unter diesem video oder auf unserer homepage für die schul cloud erhalten die schüler ein registrierung schreiben von ihrem klassenlehrer in diesem registrierung schreiben ist ein registrierungsschlüssel zu sehen und außerdem eine erklärung wie man sich in der schul cloud anmeldet das geht einmal im web oder auch über die schul cloud app die man sich aufs handy laden kann wir machen das ganze im web dazu geben wir die adresse aus dem elternbrief ein und landen auf der login seite am anfang haben wir noch kein login deswegen gehen wir unten auf den registrierungsschlüssel und geben den registrierungsschlüssel aus dem elternbrief in diese maske ein und klicken dann auf prüfen und im anschluss daran werden wir aufgefordert eine e mail adresse einzugeben für diesen schul cloud zugang die e mail adresse wird genutzt um sich einzuloggen das heißt grundsätzlich wenn eine schülerin oder ein schüler keine e mail adresse hat ist es auch möglich dass die e mail adresse der eltern benutzt wird denn diese e mail wird natürlich immer genommen um sich einzuloggen wie sie jetzt sehen gebe ich eine e mail adresse ein die nicht vorhanden ist und akzeptiere anschließend die datenschutzbestimmungen und klicke dann auf weiter und in diesem schritt lege ich jetzt ein passwort für den schul cloud login fest dieses passwort sollte man sich natürlich gut merken und klicke dann auf weiter im nächsten schritt ist meine e mail bereits angelegt denn mit dieser lock ich mich ein ich gebe mein passwort ein und muss nun im nächsten schritt schon wieder ein passwort eingeben das ist ein verschlüsselungs passwort das sorgt dafür dass die kommunikation sicher verschlüsselt ist das muss ein anderes passwort sein wenn man das vergisst ist es kein problem das kann man jederzeit neu vergeben und sie sehen nun wie die verschlüsselung generiert wird und nun sind wir schon auf der startseite der schul cloud dort sind natürlich wenn man in einer klasse ist mit einer gruppe schon channels dann zu sehen und auch kontakte in dem video jetzt sehen sie im prinzip eine blanke seite weil dieser schüler noch keine kontakte hat keine lehrer und auch noch keine gruppen sie sehen hier den kalender den man nutzen kann und auf dem handy funktioniert das ganze analog rechts oben sehen sie immer die benachrichtigungen wenn sie zum beispiel in eine gruppe eingeladen werden in einen channel dann erscheint das dort dann muss man das ganze akzeptieren die digitale lernplattform moodle erreichen sie entweder über unsere homepage da finden sie den link oder sie merken sich den kurz link kurz link short link t1 p.de slash r248 damit kommen sie auch dorthin sie gelangen dann auf die anmelde seite dort müssen sie den anmeldenamen eingeben den sie vom klassenlehrer erhalten sowie das dazugehörende passwort passwort und anmeldenamen sollten sich die schüler unbedingt merken wenn sie das aber mal vergessen über den klassenlehrer gibt es neue zugangsdaten auf der nächsten seite müssen sie dann zunächst mal das kennwort ändern das heißt das alte kennwort muss als erstes eingegeben werden und anschließend müssen die schülerinnen und schüler sich selbst ein neues kennwort überlegen dieses kennwort sollten die schüler nicht vergessen das sollte irgendwo bekannt sein im schlimmsten fall kann aber der klassenlehrer auch da einen neuen zugang bzw ein neues passwort generieren das passwort muss bestimmten sicherheitsstandards entsprechen das heißt es kann sein wie jetzt in dem fall was sie gerade sehen wenn sie das passwort zu simpel ist also wenn da keine sonderzeichen zum beispiel drin sind dann müssten sie das nochmal nachbessern einfach damit es nicht so leicht ist das passwort herauszufinden das kennwort ist nun geändert wie man sehen kann man klickt dann auf weiter und im nächsten schritt sehen sie die datenschutzinformationen der moodle plattformen in baden-württemberg diese sollte man sich einmal durchlesen und dann ganz am ende ganz unten bestätigen indem man auf ja klickt die schülerinnen und schüler befinden sich jetzt auf der startseite der moodle plattform immer zu erkennen an dem aula bild und sie sehen hier auf der startseite zum beispiel auch einen schulkalender sie sehen die kursbereiche die sind so ähnlich aufgebaut wie unser schulhaus und sie können links sehen oder die schüler sehen auf der linken seite die kurse in denen sie eingeschrieben sind die kurse werden von den fachlehrern erstellt also zum beispiel 9a matte 9a geo wie sie auf der linken seite sehen und es gibt zwei möglichkeiten diese kurse zu öffnen entweder indem man direkt links auf den kurs klickt man kann aber auch über die kursbereiche gehen und da aufs klassenzimmer klicken und da je nachdem in welcher klasse der schüler ist da draufklicken wenn ich jetzt in der neuen a bin klicke ich auf klasse 9a und finde dort alle kurse die da von den fachlehrern angelegt worden sind wenn ich auf 9a matte klicke dann sehen sie mal wie das aussehen kann das sieht nicht immer eins zu eins so aus weil das je nach fachlehrer natürlich unterschiedlich sein kann hier finde ich zum beispiel auch eine videokonferenz mit materialien zu den videokonferenzen die ich runterladen kann die ich öffnen kann ich kann aber auch mal auf die videokonferenz draufklicken jetzt ist es aber hier in dem fall so dass diese videokonferenz nicht gestartet ist also der lehrer ist nicht anwesend das findet gerade keine videokonferenz statt deswegen kann man das auch nicht anwählen es ist üblich dass die lehrer aufgaben hier stellen wie sie hier aussehen können und dass die schüler ein foto ihrer lösungen auf moodle hochladen müssen dazu müssen sie auf diese abgabe jeweils klicken wenn der lehrer das angelegt hat das sind dann weitere infos zu sehen und unten muss man dann auf abgabe einreichen klicken und dann kann man da ganz einfach eine datei also zum beispiel ein foto der lösungen rüberziehen und da rein stellen wie sie das jetzt gerade auch im video sehen können man muss dann noch auf änderung speichern klicken und dann kann der lehrer diese lösung abrufen und auch bewerten und sogar auch kommentieren ich zeige ihnen jetzt wie man noch auf eine andere art und weise in den kurs reinkommt oder in seine kurse reinkommt und zwar wenn man wieder auf der startseite ist da gelangt man hin indem man oben links auf das moodle logo klickt kann man auf der linken seite auch die kurse anwählen wie bereits vorher erwähnt da klicken wir jetzt mal auf den anderen kurs auf 9a geografie und sie sehen da ist der kurs ein bisschen anders aufgebaut das sehen sie ganz oben die aufgaben und unten drunter wieder die dateien und hier ist auch eine abgabe eingerichtet wo die schüler ihre lösungen auf moodle hochladen sollen eine weitere funktion ist der terminkalender den sie ganz oben finden wenn sie da einmal drauf klicken dann sehen sie schon da sind auch die abgaben drin zu finden wenn schüler in einzelnen fächern was hochladen müssen auf der rechten seite oben finden sie außerdem ein profil der schüler da sind zum beispiel auch nachrichten zu finden wenn ein lehrer oder auch ein schüler dem einzelnen schüler schreibt dann kann man das dort lesen man kann hier auch lehrer kontaktieren das ist auch möglich und man sieht dann oben rechts eine rote 1 blinken zurück zur startseite gelangen sie wie erwähnt wenn sie oben links auf moodle klicken und dann können sie sich zu guter letzt rechts wenn sie wieder auf ihr profil klicken ausloggen und sind wieder ausgelockt als letztes möchte ich ihnen noch zeigen wie die videokonferenz big blue button funktioniert dazu gehen wir wieder in einen kurs woher die videokonferenz angelegt ist sie klicken drauf und diesmal kann man auf teilnehmen klicken der lehrer hat den raum schon geöffnet und dann öffnet sich die big blue button konferenz sie müssen als erstes auswählen ob sie mit dem mikrofon oder nur zum zuhören teilnehmen es empfiehlt sich natürlich mit dem mikrofon das mikrofon muss man auch zulassen dass es erlaubt ist anschließend findet ein echo test statt da wird getestet ob das mikrofon auch funktioniert da muss man darauf achten ob man sich selber hört wenn ja dann muss man den daumen nach oben anklicken der schüler ist jetzt in der videokonferenz als teilnehmer drin er kann hier unten chatten also es gibt einen chat er sieht die präsentation des lehrers wenn der lehrer eine präsentation anbietet es kann auch sein er sieht ein webcam bild er kann unten das mikrofon anstellen wenn er selber was sagen möchte er kann links auf seinen namen klicken dann kann er auch ein status setzen zum beispiel indem er die hand hebt und das ist die funktionalität der videokonferenz big blue button über moodle